Musik Gegründet 1986 hat sich die Werner Maschinenbau GmbH zum weltweit agierenden Konstrukteur von Prägeanlagen und Sondermaschinen der Marke Isomag entwickelt. Mit modernster Technik betreuen rund 60 hochqualifizierte Mitarbeiter die Kunden, hauptsächlich aus dem Automobilbereich. Das Besondere bei uns im Unternehmen ist, dass der Kunde alles aus einer Hand bekommt, angefangen von der mechanischen Konstruktion bis zur Inbetriebnahme beim Kunden. Am Anfang eines jeden Projekts steht die sorgfältige Planung in enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber. Ganz nach dessen Wünschen werden die Maschinenmodelle detailgetreu am Computer entwickelt und programmiert. Nach der Planung folgt die Fertigung der Einzelteile. Das Besondere, jedes Detail entsteht direkt im Haus der Werner Maschinenbau GmbH. Sowohl die Kabel als auch die elektrischen Module finden später ihren Platz im Schaltbauschrank. Mit besonderer Sorgfalt werden anschließend alle Einzelteile montiert. Isomag steht für höchste Präzision. Überall wo es Automobilwerke gibt, weltweit, sind auch unsere Anlagen aufgebaut. Unser Team erfüllt zu jeder Zeit die Anforderungen vom Markt und durch die Arbeit der Innovationsteams können wir die Anforderungen vom Morgen heute schon erfüllen. Ob Laser-, Ritz-, Nadelpräger oder Typenradpräger. Je nach Kundenwunsch bietet die Werner Maschinenbau GmbH verschiedenste Prägelösungen an. Die fertige Anlage kann von Mitarbeitern bedient werden oder funktioniert als vollautomatischer Roboter. Nach der Fertigstellung und abschließender Prüfung gehen die Prägemaschinen vom Berg im hessischen Wolfhagen auf die Reise in die ganze Welt. Ob China, Brasilien oder die USA, die Produkte aus einer Hand sind weltweit beliebt. Isomag, diese Lösungen prägen sich ein.